Ich nehme es jetzt noch mal da hin Gut Ich habe drinnen noch mal drei Kisten Ich habe hier am besten hingestellt Dann müssen wir etwas einlagern können Dann nehme ich jetzt mal Die Sachen, die wir hier nicht brauchen Fasern, Holz und das hier Jetzt mal hier draußen Die kommen hier rein Hinten habe ich hier ein bisschen Holzfaser und sowas reingepackt Und hier vorne In der ersten Kiste mache ich ein bisschen Essen rein So, gucken So Gut Kann ich leveln? Oh, ich kann leveln Ich kann leveln Das ist doch ein Mensch gut Da kann ich nämlich Ah, level 9 bin ich erst Verdammt Was hast du gesagt? Geschwindigkeit? Ja Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Ja Kann man, würde ich auch Also ich habe es noch nicht Ich habe jetzt erstmal nur Gesundheit und Gewicht gemacht Aber als nächstes mache ich dann auch ab und zu mal ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit Dass man einfach wegrennen kann Ja, richtig Ich bin level 10, ne? Soll ich uns einen Bogen craften? Ah, okay Ah, okay Wenn das geht, mach das Steinpfeile Und Bogen Wäre ja eigentlich optimal, ne? Leder und Stein Den brauchen wir noch Okay Äh, was? An 17? Ist doch die netze Punkte Ich baue mal in die eine Ecke Einen Mörser Mhm Und damit können wir dann nämlich Narko Paste machen Was? Ach, das ist der Dicke Ach, ha, ha Angst riech Stein, Feuer, Stein Fasern und Holzbau Ja, okay Achso, und die anderen? Ja Ja Feuer, Stein, Feuer, Stein Stroh Und Holz Okay Achso, Feuer, Stein Also ich mache jetzt glaube ich einen Bogen für uns Bogen Ja, was geht jetzt? Bogen So, Bogen ist recht teuer, Mensch So, Bogen ist recht teuer, Mensch So, da haben wir einen So, da haben wir einen Holz weht Ich habe hier draußen, neben dem Feuer hier in der Kiste, habe ich dir den Bogen mal reingelegt Ja Ja Kannst du die rausnehmen? Was wollte ich jetzt noch craften? Ja Das war dann mit dem Zug hier Was ist das? Ja, schnell Die da rüber, die rein Ah, das sieht so geil aus im Wald Aber ich glaube, das gibt bestimmt noch richtig geile Da nicht Aussichtsplattform nicht Aber halt solche Gebiete, wo es richtig geil aussieht Wenn da Da wird Einmal oder sowas Ja, das auf jeden Fall Warte, welche Map haben wir jetzt? Center, gell? Center, ja Na ja, da gibt es richtig geile Sachen Ja So, Schlafsack So, komm mal Holz Ja, schnell Guck mal Guck mal Ich hab die mal Den Bogen und die Pfeile Dafür habe ich die mal in die Kiste hier draußen gelegt Kannst du hier gut was weglegen 21 Pfeile und den Bogen Karottensamen Vielleicht komm hier Hasen zähmen guck mal Es gibt Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Ja Guck mal Guck mal mist Kuck mal here невerdad Guck mal Guck mal Guck mal Nice, der Bogen ist übel aus. Das Gute ist, man braucht wenigstens keine Fäden, auch schon Vögel oder sowas. Jetzt muss man hier mal was ändern. Eins kommt da drauf, zwei ist da. Oh, ich kann schon wieder leveln, meine ja. Und kräftig abschleißen, wie immer. Ja, immer ein... So eine Sau bin ich. Aber Samen schmeiß ich jetzt noch weg. Nee, ich denke mal, die können wir hier draußen bei dem Feuer hinpacken, weil das Holz können wir ja reinpacken. Ja, oder so. Oder soll man echt eine extra Kiste draußen bringen? Nee, für bloß... Anfangs, du brauchst so ewig, bis du das Zeug anbauen kannst. Ach so. Deswegen lohnt sich anfangs gar nicht. Also finde ich, das Zeug zu sammeln. Ja, okay. Toll, ich bewege mich nicht. Doch, ich mache mich nicht. Nein, das war ich dir. Sollte. Das war's.